hallo und herzlich willkommen zurück bei tesla mac mein name ist marian und ich bringe euch heute ein weiteres update von tesla nachrichten wir schauen heute auf das gelände in grünheide gibt einige nachrichten aus deutschland des weiteren wenn wir uns das thema der mikrochips noch mal anschauen wo ist ja probleme in der vergangenheit gegeben hat und wie tesla dieses beheben möchte des weiteren wird auch das thema tesla energy heute behandelt da gibt es sehr sehr erfreuliche nachrichten und wenn euch dieses alles gefällt lasst gern ein abo da dieses würde mir sehr sehr weiterhelfen und dementsprechend schauen wir hier gerade schon auf das gelände in deutschland grünheide und gucken wie hier weiter sehr schön vorangearbeitet wird und zu dem thema gleich mal ein vorfall vom mittwoch nämlich um 2 40 morgens gab es eine attacke auf die stromkabel die das gesamte gelände ja versorgen mit strom und es gibt ja einige stromkabel die außerhalb des geländes und das hat sich hier 500 meter vom eigentlichen gelände entfernt ereignet das entsprechend dort einige kabel noch über der erde sind weil sie eben halt noch nicht verlegt worden sind und da gab es eine attacke drauf es gab ein kabelbrand und die feuerwehr hat diesen vorfall dann auch sehr schnell gelöscht mit feuerlöschern also es war weniger dramatisch als es vielleicht dargestellt worden ist in manchen nachrichtenseiten nichtsdestotrotz ist ist eine attacke gewesen auf tesla beziehungsweise auf diese bauarbeiten dieses geländes und es gab ein bekennerschreiben dann auf der seite in die media die leute die ihm halt dahinter stehen sind eben halt noch anonym aber es wurde sich ein wenig selber gelobt wie erfolgreich diese attacke war es wird aber vergessen auf der anderen seite dass keine arbeiten beeinflusst sind es gab einen schaden aber der schaden war nicht so groß wie man es sich vielleicht von diesen anonymen personen vorgenommen hat und nichtsdestotrotz trotz dieser attacke gab es nur wenige minuten kein strom auf manchen teilen des geländes es ist nicht so dass hier jetzt irgendwie großartig die arbeit unterbrochen werden musste zu diesem thema wo wir gerade uns auch noch mal das gelände hier anschauen für die die es noch nicht wissen tesla hat inzwischen ja auch die genehmigung um 24 stunden am tag auf dem gelände zu arbeiten darf aber nachts nur drinnen arbeiten sprich sie arbeiten schon innerhalb der fabrik außerdem schauen wir uns jetzt hier noch mal das thema pure vision an hier noch mal ein post von andré kapasli er hat noch mal das thema pure vision angesprochen und das eben halt diese kameras mit einer unfassbaren geschwindigkeit schneller als wir es als menschen überhaupt wahrnehmen können die möglichkeit haben daten zu verarbeiten noch mal um auf einige kommentare von euch aus der community einzugehen ja es ist noch nicht ganz deutlich gesagt worden wie man mit nebel sehr sehr schlechtem wetter und auch dem thema sonneneinstrahlung was ich ein sehr gutes beispiel fand wie man damit umgehen wird ich bin aber ziemlich sicher da arbeiten so profi also wirklich solche profis an dem thema das natürlich auch dieses thema ja sag ich mal analysiert wird es wird aber trotzdem spannend sein wie es in der realität aussieht ob eben halt die kameras trotz extremen lichteinfluss oder blendenden licht von sonne etc die möglichkeit haben trotzdem die gleiche arbeit zu leisten haben also auf jeden fall sehr sehr gutes feedback und danke für euch dass ihr euch die zeit nimmt und feedback schreibt und wenn ihr etwas hat gerne kommentare unten lassen und auch gerne mal eure meinung dazu sagen auch zu dem vorfall den wir gerade ja in grünheide hatten am mittwoch des weiteren wollte ich mit euch das thema noch mal mit den ganzen zulieferern angehen denn wir hatten ja im ersten quartal für tesla das glück dass sie noch nicht so die probleme hatten wie entsprechend andere autounternehmen wenn es um das thema chips geht mikrochips für die autos und tesla scheint hier noch mal derzeit in verhandlungen gegangen zu sein mit die entsprechenden lieferanten in taiwan aber auch in korea und hier ist ganz wichtig zu bedenken dass tesla inzwischen so weit geht dass sie sagen wenn ihr uns eine bestimmte menge garantiert bezahlen wir schon sofort wir bezahlen nicht später sondern wir bezahlen sofort das scheint jetzt laut der financial times scheint dass hier so diese verhandlung zu sein die man da einher geht und das ist ja sehr sehr gut zu wissen denn es wird entscheidend sein denn umso mehr das wachstum stattfindet auch im elektro bereich und in den nächsten monaten wird es probleme geben und tesla hat ja schon immer versucht unabhängig von großen lieferketten zu sein selber dinge zu produzieren wie batterien selber diese ganzen teams anzustellen die sich um die technologie des selbstfahrenden autos kümmern und es gibt gerüchte dass tesla in sehr sehr einem sehr sehr frühen stadium ist darüber nachzudenken eine eigene fabrik zu bauen um diese neueste generation von mikrochips die sie brauchen selber zu produzieren auf der anderen seite gibt es experten die im halt sagen dass investitionen von bis zu 20 milliarden nötig werden um eine riesenfabrik zu bauen und dass es gar nicht so einfach ist diese chips ja zu produzieren lasst auch hier gerne mal eure meinung wissen ob jeder meinung sei tester sollte dieses selber machen um die volle kontrolle über die lieferkette zu haben oder ob ihr denkt dass sie einfach gute deals mit den lieferanten hier aus machen sollen verhandeln sollen und dann einfach sicherstellen sollen damit sie dann eben halt in zukunft mit dem wachstum was er jetzt noch vor der tür steht entsprechend auf der sicheren seite sind denn es ist ja erst der anfang wir haben den cyber truck der noch da steht mit so vielen reservierungen wir haben dann das model y entsprechend hier in deutschland was rauskommt also es gibt ja so viel was da noch raus muss wir reden noch nicht mehr über den lastwagen den semi und dann irgendwann natürlich die luxus variante ja des roadsters was natürlich keine massenproduktion erst mal sein wird schauen wir uns noch das letzte thema an und zwar es geht um die power walls und wir wissen ja wir haben die virtuelle am power plant die am ende das auch das ziel sein wird aber was ich wirklich enorm finde ist in den letzten fünf jahren hat tesla 100.000 power walls installiert aber innerhalb des letzten zwölf monaten haben sie es von den 100.000 auf 200.000 geschafft spricht tesla wächst enorm enorm in diesem energy business und das darf man eben halt nicht vergessen es ist wirklich so dass die meisten leute sich darauf konzentrieren wie tesla mit der mit der automarke am wachsen ist aber ich habe schon die auch anfang des jahres wo viele noch nicht dabei waren weil dieser kanal noch nicht dabei habe ich auf meinem eigenen kanal auch schon mehrfach gesagt unter 100 prozent wachstum ist alles eine enttäuschung dieser ganze dieser ganze energie sektor wird und muss mehr als 100 prozent wachsen damit sie auch irgendwann das erreichen was elon musk gesagt hat dass dieser ganze energie sektor irgendwann so viel geld einnehmen wird wie der gesamte autoverkauf ich freue mich dass ihr wieder dabei gewesen seid es ist mir jeden tag eine freude eure kommentare unten zu lesen und zu sehen dass die videos so gut ankommen und wenn ihr wie gesagt mehr davon wollt lasst gerne ein abo da ich wünsche euch was bis dann